Heute beschäftigen wir uns mit dem ewigen Kreis des Lebens, wie bei König der Löwen. Naja fast, dazu gleich nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Erstens Medizin. Heute möchte ich euch verraten, was sich hinter den Begriffen kleiner und großer Kreislauf verbirgt. Um uns das genauer anzuschauen, müssen wir nur verfolgen, wie das Blut durch den Körper läuft. Fangen wir dazu beim Herzen an. Falls ihr diesen Teil gerne noch detaillierter sehen möchtet, schaut gerne in das Video Herz-Anatomie rein. Ich werde es am Ende des Videos einblenden. Das Blut fließt vom rechten Vorhof in den rechten Ventrikel. Das ist das verbrauchte sauerstoffarme Blut. Dieses muss jetzt erst mit Sauerstoff aufgefüllt werden. Hier beginnt der kleine Kreislauf, auch Lungenkreislauf genannt. Durch die Pulmonalklappe geht das Blut in die Pulmonarterie. Zu den beiden Lungenflügeln. An den Alveolen findet der Gasaustausch statt. Dazu noch mehr im Video Lungenanatomie. Wenn es sauerstoffreich ist, geht es über die vier Lungenvenen zurück zum Herzen. Diesmal zur linken Seite. Auch wieder erst zum Vorhof und dann zur Kammer. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass die Lungenarterie sauerstoffarmes Blut und die Lungenvenen sauerstoffreiches Blut führen, obwohl das im Körper ja normalerweise andersrum ist. Es ist nicht so, dass der kleine Kreislauf eine Ausnahme bildet, sondern viel eher, dass der Begriff Arterie ein Gefäß bezeichnet, welches Blut vom Herzen wegführt und Vene ein Gefäß, welches Blut zum Herzen hinführt. Diese Bezeichnung trifft damit wieder auf alle Arterien und Venen zu. Hier endet der kleine Kreislauf. Dann beginnt der große Kreislauf. Durch die Aortenklappe fließt das Blut in die Aorta und los in den Körper. Die Aorta teilt sich immer weiter auf. Dann verzweigt es sich immer weiter bis zu den kleinen Kapillaren, die so klein sind, dass sie die kleinsten Stellen unseres Kreislaufs erreichen. Das Gehirn, die Niere, den Darm und so weiter. Zu jeder Zelle. Die Zellen benötigen den Sauerstoff und die Nährstoffe, die im Blut transportiert werden für den Stoffwechsel. Dann ist das Blut wieder sauerstoffarm. Die Kapillare werden immer größer zu Venolen und weiter zu Venen. So wird das Blut und die Abfallstoffe zum Herzen geführt. Das Blut der oberen Hälfte des Körpers über die obere Hohlvene, Vena cava superior, und das Blut der unteren Hälfte über die Leber, wo es gefiltert wird, und weiter zur unteren Hohlvene, Vena cava inferior. Diese bringen es wieder zurück in den rechten Vorhof, wo unsere Reise angefangen hat. In der rechten Kammer endet der große Kreislauf. Also nochmal zusammenfassend. Der große Kreislauf beginnt an der Aorta, die das sauerstoffreiche, nährstoffreiche Blut in den Körper zu den Zellen bringt. Dort findet Stoffwechsel statt, und die Venen bringen das sauerstoffarme Blut zurück zum Herzen. Dann beginnt der kleine Kreislauf. Das sauerstoffarme Blut wird zur Lunge geführt, über die Pulmonararterie. Dort durch den Gasaustausch oxygeniert und wird zurück zum Herzen gebracht, wo es in den großen Kreislauf übergeht. Das war's eigentlich schon. Ich hoffe, das war für alle verständlich. Lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich würde mich sehr über ein Like und Abo freuen. Hier noch die versprochenen Videos. Und vergesst nicht, Medizin kann so einfach sein.